Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Weiter geht's. Sehe ich da oben was? Ja, ein Schatz. Äh, wo geht's hier wohin? Andere Taste. Na, was ist da drin? Muni! Munition ist immer. Gut. Ja, ja. Ah, ein Spinell. Ist hier irgendwas? Na, was haben sie zu verlieren? Spinell. Geld. Geld. Hahaha. Ich glaube, hier brauch ich Esschle, glaub ich. Sehr viele Kisten. Mit Muni? Hier ist nix drin. Brandgranate, okay. Geld. Oh ja, der Ort. Oh ja, der Ort. Okay. Na, wer ruft denn jetzt an? Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without their cars? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Aber jetzt wird's ein bisschen, hmmm, prekär. Heilung? Spinel? Sollte mal wieder mich ein bisschen um meine, um meinen Platz kümmern. Der ist ja mir jetzt fast voll. Von wo? Ich höre dich, Hund. Ja, wo sind sie denn? Das hört sich überhaupt nicht toll an. Wo ist der? Oh, hi. All quien? Wow. 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 Wo sind diese Hunde? Oh ja. Wo kam der denn her? Einen roten Edelstein. Oh, das passt. Oh, das passt. Diese blöden Hunde. Irgendwo ist einer am Rennen. Oh, Medikit. Oh, ich weiß wo. Zum Glück habe ich noch eine Brandgranate. Geld. Oh, ein Spinel. Das sind aber, glaube ich, nicht die Sachen, die ich suche. Moment, von hier komme ich, glaube ich. Ich bin ein bisschen gerade ein bisschen verloren. Ah, ich werde den Weg schon finden. Ich bin ein bisschen verloren. Ich mag diese Hunde nicht. Die sind verdammt schnell. Ich bin ein bisschen verloren. Mit der... Ja, mit der... Ich trod finde es fast alle. Ich glaube, hier war ich schon überall. Danke. Ich habe... Ich wusste noch von der Falle, aber ich bin trotzdem reingelaufen. Naja, die Strobläden-Munition wollte ich ja haben. Ich bin ein bisschen dran. Ich hab sie schon erwartet Gewehrmunition Den Schlüssel sollte ich glaube ich mal zusammensetzen jetzt Endlich raus aus dem Hunde aus dem speziellen Hundezwinger hier Ja Das hier Blauer Mondstein Bist du sie jetzt? Hehehehe Leon Es ist eine lange Zeit, nicht zu sehen. Ada. Also ist es wahr. Wahr? Was? Du, mit Wesker. Ich sehe, dass du dein Haus machst. Warum, Ada? Was ist es für dich? Warum bist du hier? Warum bist du so? Wie immer mysteriös. Und treibt ihr Spielchen. Ja. Ich speichere mal. Oh, eine Brandgranate. Danke. Ich habe ja gar keine mehr. Ein Spinel. Hier ist nichts drin. Das ist nur Deko. Kann man auch nicht kaputt machen. Muni. Wie viele Pistolen, Muni, habe ich jetzt? Schon mal wieder sehr viel. Wird mal Zeit, dass ich das verwende. Und meine SMG verwende. Davon habe ich auch jede Menge Munition. Aber erstmal die Pistolen, Muni. Liegt hier noch irgendetwas, was nützlich ist? Wie ist der Raum eigentlich aufgebaut? Na, Karte. Oh, da ist noch ein Schatz und ein Händler. Was nett ist. Allerdings mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.